Hochhallil liegt mitten über Deutschland und um ein Hochturgebiet herum kreist der Wind mit dem Uhrzeigersinn und deshalb gibt es verschiedene Seiten. Ist man eher östlich, kommt der Wind von Norden her und ist eher kühl. Ist man nördlich des Hochturgebietes, ist es mild und ist man westlich des Hochturgebietes, ist es sehr, sehr warm. Und genau diese wärmere Luft kommt langsam zu uns, wenn das Hochturgebiet langsam weiter in Richtung Osten wandert und deshalb jetzt der Temperaturanstieg. Und von dem bekommen wir heute schon ein bisschen was mit. Es ist zunächst einmal sonnig, aber im Vormittagsverlauf von heute Mittag ziehen ein paar Schleierwolken durch. Das ist eine schwache Warmfront, die genau den Übergang zwischen der milden und der sehr warmen Luft markiert. 13 Stunden Sonne bekommen wir heute, denn meistens scheint die Sonne durch die Schleierwolken hindurch. 24 Grad werden heute am späteren Nachmittag erreicht. Das ist dann schon die wärmere Luft. Die spürt man auch, weil die Temperaturen heute Abend nicht ganz so schnell zurückgehen wie sonst. 20 Grad in den Abendstunden. Die Nacht allerdings wird trotzdem nochmal frisch. 11 Grad, die tiefsten Temperaturen, tiefste Werte gegen 4 Uhr morgen früh. Der Tag ist morgen sonnig und trocken mit 27 Grad sommerlich temperiert. Ähnliche Temperaturen, ähnlicher Wetterablauf am Mittwoch. Am Donnerstag früh gibt es ein bisschen Regen, der zieht aber schnell wieder ab. Und dann ist die Sonne wieder da. 27 Grad auch am Donnerstag. Am Freitag einzelne Regenschauer, da dreht dann der Wind auf nordwestliche Richtung. Es wird ein bisschen kühler oder weniger warm. Aber mit Temperaturen um 25 Grad bleiben die Temperaturen auch am Freitag auf Sommerniveau. eranger, dass das schon wieder führende ist, aber sehr, sehr, sehr wiederhörende. Vielen Dank.